Das Fundstück der Woche ist diesmal eine Graphic Novel. Der Autor Steffen Haller versucht in dieser Geschichte eine Antwort auf die Frage zu finden, warum seine Mutter psychisch erkrankt ist und ab diesem Zeitpunkt für ihn nur noch eine Schattenmutter war und was es in ihm ausgelöst hat. Durch die Tagebücher der Mutter und Gespräche mit Angehörigen konnte er vieles aufarbeiten und lässt uns durch diesen Comic daran teilhaben. Durch die gekonnten Schwarz-Weiß-Zeichnung von Haller hat das Buch eine besondere Note und man bekommt als Lesender einen noch besseren Einblick in die Gefühlswelten der Mutter und auch des Autoren. Dieses Buch zeigte mir komplett unverblümt die Komplexität von psychischen Erkrankungen. Es hat mir viel erklärt, ohne es zu werten. Es hat mir auch gezeigt, dass wir mit psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft offener umgehen sollten, um ein differenzierteres Verständnis zu entwickeln und gewisse Vorurteile ablegen zu können.